Los! Als, als ich einmal ging, in die schöne Wiese, wollte ich einen Trick. Ich traf ein Mädchen, schön und fein, meine Schöne, will meine Frau sein. Ja. Du bist so ein großer, schöner Mann, wenn ich dich so eher ansehe, dann werd ich ganz weich. Ich steh in deine Augen und es wird mir klar, du bist mein Mann und das wird wahr. Meine kleine, schöne, äh, mein schöner, kleiner, großer Mann. Ich bin zwar nicht ganz so schön, aber jetzt bin ich besser dran. Hey, hey Wasserträger, ich bin ein Wasserträger, 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 Wasserträger. Ich bin ein Wasserträger, Wasserträger, Wasserträger. Ein wundervoller Song. Ich bin noch immer ganz außer Atem vom Mitscheiden. Also, wir haben ja jetzt einige Fragen. Das hatte ja nicht nur eine romantische Art. Was sind denn jetzt die politischen oder die, sagen wir mal, ernsten Untergründe dieses Liedes? Ich... Gesundheit. Fräulein Dovnoch Röckhoffner erzählt, dass die Geschichte von einem Mann handelt, der in eine Frau verliebt ist. Ach ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber dieser Wasserträger, was hat er für Wünsche, was hat er für Hoffnungen? Wir haben nicht mehr gemacht, was wir sagen. Du hast ja, du hast ja. Du hast ja, du hast ja, du hast ja. Habe ich nicht? Oh, ich bin nicht. Er ist ein Schaf und große Augen von der Frau. Sie hat eine große... Also er ist Optiker. Optik gut von der Frau. Gute Optik. Ja. Habe ich nicht mehr, warum ich nicht? Ja, also unser Publikum wurde jetzt natürlich interessiert, wie sehr deckt sich das mit ihrer eigenen Biografie? Sie fühlt sich beleidigt. Ja, Sie müssen aufpassen, sonst geht Sie. Ja. 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 Ja, also das war ein sehr durchschlagender Erfolg. Entschuldigung, ich habe meine Spaß gemacht. Sie hat mich nicht verstanden. Also. Das war... Ich habe gesagt, das Wetter ist schön und sie hat verstanden, die Frau macht Witze über mich. Ja. Das ist ja sehr... Das ist eine Sprache sehr nah aneinander. Ja. 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 wollen Sie noch eine Botschaft an ihr Volk geben von ihrem Volk zu Hause? Ja, das ist möglich. Was drö mirror. Danke.